gegen Etundi, Etundi holt sich diesen Ball, wird umgerissen und das muss Elfmeter geben jetzt, jawohl. Aber wie stellt er sich da an, Roth ist die Folge, ein Déjà-vu für den FC Luzern in der 22. Spielminute. Und St. Gallen, wenn wir hier das noch einmal anschauen, nein, so darfst du nicht verteidigen, das Umreißen, klarer Fall, das war an der Linie im Strafraum. St. Gallen, fünfter Elfmeter für St. Gallen, erst ein Tor gab es vom Elfmeterpunkt. Skarione kann er sein Trauma jetzt bewältigen hier in diesem Spiel. Skarione schon zweimal, nein, dreimal verschossen, eigentlich bei dieser Variante noch mit Pamotu in Letzigrund gegen Geze. Also zweimal hat er angelaufen, nicht getroffen. Einmal traf er in Thun. Oskar Ezequiel Skarione gegen Peter Jele. 23. Spielminute. Skarione, und er trifft, 1-0-Führung für den FC St. Gallen.